So, ich befinde mich jetzt hier beim Stausee Hohenfelden. Da hinten steht mein Roller, einfach mal abgestellt. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen durch die Gegend laufen, ein paar Filmchen drehen und dann wieder zurück nach Erfurt fahren. Da hinten ist ein Restaurant. Da werde ich auch jetzt nicht hingehen, vielleicht später nochmal. Aber jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen Zeit verbringen. Einfach mal ein bisschen spazieren gehen. Da gibt es Leute, die Boot fahren. Da kann man die sehen. Hier gibt es noch Wald, wo man wandern gehen kann. Aber ja. Schönes Anwesen. So. Oh, jetzt gibt es sogar eine kleine schwimmende Insel, wo man sich draufstellen kann. Aber hier steht privat. Von daher denke ich mal, dass es nicht für mich bestimmt ist, diese zu betreten. Von daher mache ich das jetzt auch erstmal nicht. Obwohl, ich denke, man wahrscheinlich eher so betreten auf eigener Gefahr. Ich denke mal, damit wird dann irgendwann mal noch jemand nach draußen schwimmen. Oh, da habe ich mich schon fasziniert. Und hier war ich auch lange nicht mehr. Lange, lange Zeit. Hier sollte man wahrscheinlich aufpassen, dass man nicht zu weit am Rand langläuft. Nicht, dass man irgendwann mal runterfällt. Beziehungsweise ich, weil ich mich jetzt auch ein bisschen sehr aufs Filmen konzentriere. Kann das dann vielleicht auch mal der Fall sein. Jo, da gibt es leider die Angeln. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Und ich schaue jetzt gleich erstmal die Aufnahmebänden und ein Stückchen laufen.